Nun hat sich der Abgeordnete Christoph Mazznetter gemeldet. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Frau Präsidentin. Geschätzte Abgeordnete auf der Regierungsbank, die zwei Minuten reichen ja gar nicht, um die ganzen tatsächlichen Berichtungen nach diesen Dingen zu machen. Es ist so banal und einfach, wie es ist. Wenn man in den Markt regulierend eingreift, dann ist es nicht erlaubt, über ein gewisses Ausmaß mit den Preisen hinaus zu gehen. Ganz einfach. Und es gab Regierungen in diesem Land, die diese Verantwortung getragen haben. Und ich habe es vorher gesagt, übrigens unter der Führung von ÖVP-Bundeskanzlern. Zu Recht und richtig. Und hören Sie bitte auf, Kollege Ottenschläger. Wenn vernünftige Vorschläge kommen, dass die Leute sich leisten können, Gas, Strom, Heizen, dann sollten sie es unterstützen. Ja, das funktioniert dann alles nicht und in der Spanis was passiert. Die Übergewinnbesteuerung ist die konservative Regierung in der Griechenland. Keine Sozi-Regierung. Erzählens doch bitte nicht solche Dinge. Preisregelung heißt, die dürfen nicht erhöhen. ÖVP-Politik heißt, immer teure Rechnung und die Leute haben das Geld nicht in Taschen. Und noch was, Herr Kollege Ottenschläger, die Milliardengewinne der Aktionäre dort kommen nicht von irgendwer. Sie kommen aus der Tasche der Österreicherinnen und Österreicher. Die brauchen Sie niemanden refundieren. Und wenn Sie dann weniger Dividende bekommen und Ihre Freunde, macht das auch nichts in Zeiten wie diesen. Die Pensionisten kriegen auch nicht mehr Geld, aber erst nie, Uli. Zum dringlichen Antrag ist nun niemand mehr gemeldet.